willkommen zu meinem ersten tutorial wie kreiert man windows 7 home premium edition zum windows 7 professional edition ab mit nur dem cd key ohne upgrade key folgendes szenario ich habe mir einen neuen computer gekauft dort war windows 7 home premium edition vor installiert von der hochschule über ms dna bekomme ich allerdings eine kostenlose windows 7 version nur bieten die dort nur windows 7 professional an da kann man sich die komplette cd kann man herunterladen und den key bekommt man auch von dort allerdings bekommt man kein upgrade key von windows 7 home premium edition so dass man auf natürliche weise das upgrade nicht durchführen kann als nächstes brauchen wir ein tool um image zu monten bzw die cd entweder wie man das im mensch über dem man tools so wie ich das gerade mache oder wir legen einfach die cd ein öffnen den ordner sources suchen dort nach der datei product.ini die öffnen wir ganz normal mit dem editor und in der datei sind lauter keys versuchen wir uns den für die version wo wir upgraden wollen in meinem fall ist das professional kopieren uns diesen als nächstes geht ihr bitte zur systemsteuerung und dort geht ihr auf windows anytime upgrade es öffnet sich ein fenster dort wird die aus dass sie schon den key habt gibt den key ein denn ich gerade kopiert habt und klickt auf weiter jetzt wird euer system geprüft und auch direkt der upgrade vorbereitet anschließend wird die kiste neu gestartet und ihr habt eure gewünschte version das nächstes müsst ihr einfach ein rechtsklick auf euren computer machen eigenschaften dann scrollt ihr ganz nach unten zu windows aktivierung dort gibt es den link produkt ändern und hier könnt ihr jetzt euren originalen windows 7 professional produkt eingeben und damit eine aktivierte version von windows 7 ich hoffe ich konnte ich damit helfen und nachdem man weiß wie es funktioniert macht dann natürlich auch die fehlermeldung die man bekommt wenn man mit dem normalen zudy key upgraden will sind